ja hallo liebe zuhörer und interessierte jetzt bin ich den zehnten tag in den dolomiten ich habe ja hier schon zwei videos vier teile gemacht vom leben in italien mit preisen und was das hier kostet aber so ein bisschen von der politik von deutschland bekomme ich dann doch noch am rande mit weil wir hören hier jeden morgen wdr zwei nachrichten und bekommen dann auch mit hier was sie so in deutschland passiert was in italien passiert europa passiert ich versuche mal auch hier abzuschalten aber ganz klar ist ja auch was jetzt in deutschland passiert ich fasse mal zusammen was mir so jetzt hier einfällt erst mal esc hier wie hießen die letzter platz deutschland was geht hier eigentlich ab deutschland bezahlt ja immer alles und ich glaube das fünfte oder sechste jahr hintereinander letzter platz ich finde das irgendwie ganz beschämend wenn ich mir da die lieder angehört habe hier von kroatien jetzt nichts gegen kroatien andere lieder die waren wesentlich schlechter als der deutsche beitrag hier von dieser blatt entlitter es ist beschämend mir fehlen da ich die wuchte mich am nächsten morgen gehört habe beschämend ich weiß nicht wie ihr das seht könnt ihr meine kommentare reinschreiben das hat erst mal mir einfällt jetzt hier wird in der letzten zeit passiert das nächste thema ist hier endlich ist petrich reichen zurückgetreten nach was für einen langen hin und her da habe ich auch schon videos zu gemacht und der der filz der grüne filz in der hier im wirtschaftsministerium ist ja viel tiefer da reicht nicht der reichen da kann eigentlich das ganze wirtschaftsministerium zurücktreten vom habe angefangen über greichen über die ganzen verschwägerung und verheiratung und wer da alles wen da kennt und wer von der roger und wie die ganzen finanziellen verschachtelungen da sind das reicht dabei weiter nicht und das da fehlt mir auch die 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 öffentlichkeit die die meinung der der öffentlichen medien das muss man noch viel mehr debattieren und viel härter ins gericht gehen für mich muss der habeck zurücktreten ich weiß nicht wieder sieht aber ganz klar hat er für mich ganz klar versagt in allen bereichen und diese heizpolitik diese ganze klimawende dieses ganze das kostet den einzelnen über 100 hunderte tausende für sanierung der häuser wohnungen das ist gar nicht finanzierbar bin ich mir hier in italien vorstellen würde wenn ich hier durch die dörfer fahre die meisten heizen hier mit holz mit holz pellets oder haben wir eine gas heiz also überwiegend holz die haben alle richtig holz hier gelagert die schlagen in die bäume und das wäre hier in italien und denkt man selbst wenn man hier runter fährt nach belluno die werden auch mit holzheiten oder überwiegend gas die werden im leben keine wärmepumpe um umbauen ich weiß gar nicht da sind wir glaube ich hier in europa hat einzige land wenn das hier einführt wir deutsch machen wir wie immer dann alleingang und das eigentlich unbezahlbar aber auch nur weil hier so ein petrick reichen und die ganzen grüne riege im bürgschaftsministerium das schon vorab geplant hat von dieser roger und die werden ja auch finanziell beschuss bezuschusst von den ganzen geldgebern da habe ich auch schon wieder zu gemacht das nächste thema was mir einfällt die sind ja aus der atomkraft ausgestiegen und in finnland habe ich das gelesen fällt der strompreis um 75 prozent noch mal um 75 prozent und weil finnland das modernste atomkraftwerk angeschlossen hat und deutschland hat sich völlig komplett verabschiedet aus der atomkraft und macht jetzt nichts mehr und wir zahlen wir sind der größte importeur von strom und wer soll alles noch bezahlen ich weiß nicht wie ihr das seht aber das ist ja bald unbezahlbar ich habe schon wieder angst nach deutschland zu kommen ja gut hier in italien ist auch nicht alles billig das ist ja muss man mal sehen was verdienen die leute wovon leben die leute hier aber hier ist so viel eigentum viele häuser stehen hier leer weiß ich auch nicht wie viele alte leute hier gerade in den berg regionen und ja wie nid ist immer auch runter gefahren und hier belun oder die etwas belittleren städte agordo überwiegend alte leute und wenn ich dann einkaufen gehe hier in italien die preise sind schon teurer als in deutschland außer jetzt nudeln wasser ja aber hier fleisch aufschnitt getränke das ist 22 prozent mehrwertsteuer drauf das ist schon teuer und weiß nicht wie hoch in die renten sind italien aber der einfache arbeiter oder abhängig beschäftigt der wichtig man nenne die werden das hier sehr schwer haben ja was fällt mir noch ein 15 minuten stadt jetzt fangen die hier schon an mit gesichtserkennung 15 minuten das heißt man darf nicht mehr weiter weg von seinem ort als 15 minuten das heißt man kann alles erreichen art schule arbeit keine ahnung ob aber arbeit auch dazu zählt ich sag mal die arbeit nimmt man vielleicht raus weil man muss ja weiter weg fahren als 15 minuten das ist dann noch machbar aber sonst urlaub und alles alles in diesen 15 minuten und dann per gesichtserkennung sind sie dann hier wird das hier registriert und wer du fährst dann weiter raus und hast keine genehmigung dann kriegst du eine rohe verwarnung das heißt also man könnte gar nicht mehr hier sein urlaub fahren dass das alles sie eingeschränkt werden soll alles irgendwo unbegreiflich das nächste thema ist hier weil ich jetzt heute morgen bei sich einblick gehört habe dass diese who jetzt mehr rechte und mehr befugnisse bekommen soll im thema gesundheitsmaßnahmen zum beispiel die impfpflicht oder impfungen und da sollen die leute die dagegen sind sollen hoch bestraft werden und hoch verurteilt werden und dass das gar nicht mehr debattiert wird da hat man jetzt am bundestag irgendwie gibt es der bundes die regierung mit der cdu gibt jetzt hier irgendwie auch gelder dazu dass die who die ist ja irgendwie eine organisation die ja spendengelder bekommen von pfizer von soros wie sie alle heißen bill gates foundation habe ich auch schon mal ein video zu gemacht dass die jetzt hier bestimmen können wann der pandemie ausbricht und welche maßnahmen gemacht werden und man darf nicht dagegen sein sonst wird man bestraft und das hat man stillschweigend ohne mal ich weiß nicht ob dann im fernsehen kam ich weiß es nicht bis immer schreiben ob ihr was gehört habt in den nachrichten ich so im radio kam nix und ja das ist die frage ist hat gut ich meine man sollte der weh und nicht eine große macht geben und ich finde eigentlich gut dass die mit debatten gibt über sinn und zweck in der impfpflicht ich bin froh dass keine impfpflicht gekommen ist das habe ich noch als thema was erzählt mir noch ja hier hohe überschwemmungen in italien klar also ich hatte richtig geregnet also klimawandel ist hat der klimawandel man kann nicht alles den klimawandel unterordnen ich meine man soll trotzdem reisen klar schlimm für die leute die jetzt hier wieder da emilia romana da ne von bologna ja das heftigste drei leute und was jetzt aussieht ich kann froh sein dass das hier bei uns nicht passieren ist weil hier hat es auch sehr heftig geregnet da bekommt man schon ein bisschen angst aber wir können nicht mehr aufhalten klar war mal einschränken aber nicht mit solchen maßnahmen wie mit den klimaklebern die hat hier alles mit macht durchsetzen wollen also hier in italien hier in der in der in der in der nähe von bologna beluno oder hier bassano venedig habe ich also keine klima aktivisten gesehen also wird nichts gesperrt keiner hat sich hier festgeklebt ich weiß gar nicht ob die hier in italien auch tätig sind ob die eigentlich in ganz europa tätig sind die werden ja auch finanziell unterstützt habe ich auch schon mehrere videos zu gemacht ja also was fällt mir noch ein das thema reichen habe ich es durch preise gucken wie wie es die reise ja überliebe wird mir noch ja stimmt hier bremen war da ist ja schon mal gut dass die grünen so viel verloren haben ich kann nur hoffen dass das jetzt weiter der trend weitergeht dass die grünen in allen landteilen rausfliegen weil wir können das können wir gar nicht finanzieren weil was sie alles hier umsetzen wollen allein ich will hoffen dass die fdp das soweit bringt dass dieses heizgesetz nicht durchkommen wir haben ja 100 fragekatalog gestellt aber ganz ehrlich fdp ist die fälter um wie ein fähnchen im winde die fallen direkt um sobald irgendwas ist weil die wollen ja weiter regieren und die werden im teufel tun da irgendwas gegen zu stimmen so aber dann bürger in wut das ist ja von null auf wie viel zehn prozent sind die jetzt da im stadtrat in bremen also ist aber irgendwie sind weil afd nicht antreten dürfte wird man dann bürger in wut finde ich eigentlich irgendwo gut dass wir auch da drin sind und eigentlich macht die afd eine gute operationspolitik bearbeit die stellen viele anträge viele fragen und stimmen auch bei manchen sachen dagegen was die cdu machen müsste aber auch schon mehrere videos gesagt und mal schauen wenn ich es hier wenn ich es wieder kommen wir fahren jetzt in drei tagen zurück und dann werde ich wieder videos machen mit aktuellen politik themen weil man braucht mal eine auszeit weil ich wollte das auch mal hier vergleichen mit deutschland italien die preise und die leute hier leben so denn den eindruck man kommt ja ich kann es ich kann es nicht gut italienisch leider sonst wäre ich vielleicht mal hier so in den gesprächen gekommen aber hier sind einige italiener die können deutsch das ist ja hier noch so an der ganze zu südtirol und die haben viel haben ja in deutschland gearbeitet und sprechen dann noch deutsch und dann kommt man dann doch schon mal so in gesprächen ja aber das ist denn doch nur am rande habe ich mal gefragt warum hier so viele wohnungen leer stehen ja das dorf hier wo wir wohnen hamburg nur noch 1200 einwohner und dabei ist immer hier aufgebaut worden alles hier hatten sagt man mir die werden alle ausgebucht die ganzen ferienhäuser und hotels wenn hier die skisaison losgeht weil ich mir aber absolut nicht vorstellen kann weil hier nicht viel schnee liegt und gröden ist auch in der nähe und andere schiege wieder auch in der nähe und ich denke mal die häuser stehen leer und die werden ja nicht beheizt und dann kommt viel schimmel da rein wenn ich bin beheizt werden weil jedes haus was nicht beheizt wird es schimmel anfällig und gerade wenn es hier nachts so kalt wird jetzt wir haben es mitte mai und wir haben hier viel regen noch und abends macht das hier an die zwei grad wenigen temperaturen runter und dann ist schon ansage und dann zieht die feuchtigkeit ja in die wände rein und die italiener sowie stadt hier mitbekomme sind meistens die häuser auf drei etagen gebaut die leben in der mittlere etage um unterm dach wird die wäsche getrocknet und unten noch nicht geheizt weil sich hat in den isoliert und muss nicht viel heizen weil heizen ist teuer und italiener ziehen hier viel warme sachen an und pullover dicke jacken bevor die die heizung an machen und pellets kostet teuer kostet so ein sack immer eben zehn euro und der hält für zwei drei tage für einen raum oder sagen wir mal für zwei räume zu beheizen und das geht natürlich auch ins geld und holz ich weiß nicht ob die hier was für holz bezahlen weil die hier liegen viele baumstämme aber ich denke mal wie wir die schneiden das holz selber aber ich weiß ja ob dazu kostenlos ist weiß ich nicht kann sein kann ich nichts zu sagen wer das weiß kann ja damit kommentare reinschreiben ja wie gesagt drei tage zurück wird es noch die letzten zwei tage hier genießen mit mit wanderungen müssen abschalten tut man ganz gut aber politik geht ja weiter und da kommen noch so einige sachen auf uns zu hier urlaub ist generell teuer hat hier in deutschland und ich gehört habe ostsee nordsee hat kann aber gar keiner mehr bezahlen und wie hier wie venedig habe ich auch jetzt zwei videos gemacht dass die die stadt wenn die touristen nicht kommen ist an der geister stadt da leben gerade mal 50.000 einwohner noch in so einer in der altstadt und die ganzen häuser stehen da leer und und große finanziell starke leute oder konzerne kaufen die häuser auf und machen da ferienwohnungen draus ich mein ja was da können wir uns nicht einmischen das muss denn hier heißt das die stadt venedig muss da eingreifen dass wir wie gesagt mit touristen die fallen dazu horden ein menschen wetter als wenn ich wissen jetzt am wochenende wenn das jetzt 20 25 grad wird und wenn die saison die saison geht ja erst jetzt hier los im juni jetzt ist ja wir sind ja in der vorsaison hier und wenn es die hauptsaison losgeht also wenn ich mit euch noch eine kugel da jetzt kostet kugel eis hier 1 euro für 1 euro 40 und da geht ihm schon auf 2 euro hoch und eine tasse cappuccino oder latte macchiato so 1 euro 30 bis 2 euro bier 240 ein kleines 0 2 jahre schwette wenn hier jetzt die saison losgeht dass sie die preise richtig anziehen werden weil davon lebt ja so ein ort und wenn die wenn die im winter oder wenn diese übergangszeiten haben dann die kosten laufen ja weiter keine ahnung wie die preise steigen ich kann ich nichts zu sagen wer mal hier in hauptsaison hier ist überall gleich sein wie ostsee genau dasselbe da wenn die preise auch teuer werden und die miete die 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 miete für eine ferienwohnung oder hotelzimmer der doppelte preis das gleiche jetzt auch hier wenn man in türkei fliegt oder griechenland fliegt nach spanien klar hauptsaison dann werden die touristen zur kasse gebeten sag ich mal aber gut wenn hier zum wandern ein bisschen abzuschalten klar sagt natürlich vieles zu ist alles absolute ruhe man muss immer gucken was möchte man dann gesagt wir fahren vor immer vorsaison bevor die saison losgeht aber klar wetter muss man dann ein kalkulieren dass da nicht so warm ist und halt dass man hier viel alleine unterwegs ist das ist dann halt der preis dafür aber man kommt in sehr viel kontakt mit den leuten die hier wohnen wenn man jetzt hier so eine kneipe reingeht wo die da wo die auch hingehen italiener die die einheimischen dann kommt man vielleicht doch schon da ein bisschen so ins kontakt wenn man immer die gleiche lokal besucht wir sind halt jetzt viel rumgefahren haben uns viel angeschaut viel gewandert so weit es möglich war und ja mal schauen und da freuen wir uns wieder auf deutscher wir werden jetzt noch am samstag jemanden in österreich besuchen in innsbruck und mal gucken wie österreich grüße nach österreich schon hier mit euren fp und läuft ja klasse aber weil ich jetzt gehört habe wohl will ist der herr von bellen will jetzt soldaten in die ukraine schicken weil ich lasse es bewusst der thema ukraine raus weil für mich ist ist der krieg absolut müsste längst waffenstillstand sein da muss von amerika aus kommen habe ich auch schon mehrere videos zu machen da will ich jetzt nichts mehr zu sagen was ich wohl jetzt gehört habe ist erstmal wenn der herr selenski war ja jetzt in deutschland und in war ja auf jeden fall soll jetzt f16 kampfjets bekommen das sind wohl zwei länder die jetzt schon zustimmen also ob das frankreich und england ist und deutschland soll es da kommt es auch wieder in die bedrohle f16 flieger ich weiß gar nicht hat die bundeswehr überhaupt f16 flieger keine ahnung weiß ich nicht aber dass der herr von bellen hat wohl gesagt dass hier österreichische soldaten jetzt da minen räumen sollen was ist denn wenn die getroffen werden kommt in österreich in krieg mit russland oder wie verhält sich das denn oder ist denn schon österreich direkt nato und eskaliert und alles ich weiß nicht wie lange das dann weitergeht ich kann nur hoffen dass morgen waffenstillstand ist was ich hier endlich großbritannien usa und europa von mir ist mit macron mit russland an und ukraine an ein t-setzen da ein friedensvertrag schließen das sterben das zeige ich auch immer in den alten videos täglich 1000 soldaten auf beiden seiten aber gut geht weiter wird finanziert erleben preise sind alles hoch wir werden sehen wie ich weiter das entwickelt aber waffenstillstand sich bei weitem nicht na gut dann sage ich mal bis zum nächsten video teilt das video und dann mache ich mal hier schluss das geschieht das ja Vielen Dank.